Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pandora und ich bin etwas müde, aber egal. Ja, und zwar haben wir ja durch einen kleinen Unfall letztes Mal ein bisschen Sachen verloren. Und jetzt gibt es dafür etwas Neues und zwar müssen wir einen Hammer basteln. Erstmal einen Hammer, wofür brauchen wir? Dann brauchen wir zwei Large Plates. Und zwei Rock Zeugs. Da habe ich auch zwei von. Tauschwort, Hammerhead, die Teile brauche ich, wow, acht, 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 drei, sechzehn, neunzehn. Hingertze habe ich immer noch über. Erstmal den, den, den. Und wir müssen das Voltenmanilium auswählen. Dann plopp, plopp, gießen wir das Ganze mal. Und dann nachher basteln wir uns den. Erstmal basteln wir uns zwei Sachen und dann machen wir einen Modifier drauf. Denke ich mal. Und dann mal den Kopf reingießen. Ähm, weiß nicht, ob ich die noch brauche nachher. Ja, der Kopf dauert ein bisschen, weil der ist ja schon groß. Ne, na, acht Ingers reinpassen. Ist ja logisch. Seht ihr das? Jetzt sind 21 nur noch da. Ja, gut, dass die, ähm, die Spitzhacker etwas, äh, weniger veransprucht. Und die braucht nämlich nur normale Tool-Wort, glaube ich. Ja, genau. Dies brauchen wir, normale Tool-Wort. Guck mal, es braucht fast gar nichts. Im Gegensatz zu dem Hammer. Das, das und das. So. Wollen wir jetzt auch noch zusammen? Da drin. Zack. 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 Und jetzt das Modifier. Als erstes. Ähm. Morsi. Cobblestone geholt. Weil jetzt kriegen beide erstmal. Eins. Hey, macht das nicht mehr. Zwei Wall of Moss. Der kriegt einen, ähm. Ach ja, andersrum. Blup. Und der kriegt einen. So, jetzt gibt's einen Modifier mit Lapis. Larpis ich weiß gar nicht, ob ich genug Larpis habe eieieieiei wie viel braucht man denn da nochmal für wenn man das immer für Catco mache das könnte zu wenig sein ja, los das ist sehr interessant, Leute was wir machen, muss auch mal sein ok, ich muss mir Larpis klauen oder irgendwo ich hätte in der letzten Folge aus der Hölle den ganzen Larpis mitnehmen sollen gut, dann holen wir uns halt noch Larpis aus der Hölle und das aus der Hölle ist sehr effektiv wenn wir so in den Mästorienter knallen kriegen, weil da nämlich ordentlich was raus oh, ich barge fest hallo hallo, hallo das heißt, jetzt die schnellste Möglichkeit Larpis zu farmen ist einfach so guck mal, hier ist direkt an der Decke Kobalt hab ich letztes Mal nicht gesehen nehmen wir noch mit kann man nie genug haben so hallo, hallo noch mehr wollte mich halt verarschen ich suche jetzt Larpis jetzt finde ich nur Kobalt oder was die wollen mich alle verarschen hier ist nix wo Larpis ey, ich suche Larpis für Kobalt und wenn ich Kobalt suche, will ich kein Larpis so läuft das hier so aber einiges mehr naja, das mit dem Modifyern das ist schnell nicht so eben schnell gemacht alles doch schon seine Zeit oh ne oh, scheiße das muss ich mich kratzen das hätte ich vielleicht noch gekriegt oh ne aber es geht bei euch, Dudes toll ist nicht so, als wenn ich gerade noch unbedingt mit euch will nichts zu tun haben ich rufe doch ne Erze ne Erze ne Erze zusammen das war Larpis Leute Larpis der Powerarm irgendwo rein so kommt es mir schon schwer nach nerf mich nicht nur weil ich aber scheiß Erze glaube müsste nicht immer Agro auf mich sagen scheiß sicher ja gibt's nicht buber auch nicht so ne Erze das war nicht so einfach nicht so nicht so wie ne Erze wenn das war ist nur das war das war war ver Oberheil, abyss. 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 Abyss, 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 abyss. 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 Ich kann den Grobert ja nicht liegen lassen, ne? Geht aber auch nicht. Leute, wisst ihr was? Ich will jetzt nicht die ganze Folge Larpis sammeln. Natürlich, was ich noch finde, nehme ich noch mit. Ich werde mir nämlich die Scheiß einfach verdoppeln. Mit welchem Might. Auch wenn das eher uneffektiv ist. Aber, was soll's. Ich noch mehr. Oh, das hier. So. Oh, alles zerbrannt. Da durch. Hallo Portal. Oh, wo seid ihr? Oh, es geht heißer unterm Arsch. Es geht heißer unterm Arsch. Und wir haben's. So. Einmal zum Rückmarsch-Marsch. Boah, leck. Ja, leck's mir nieder. So. Nach unten. Ähm. Messe raten. Halt, stopp. Ich hab Lapis. Ich hab so viel Lapis meserraten. Warum hab ich das denn gemacht? Bin ich bescheuert? So, wir müssen meserraten. Okay. Kann man aus Lapis das wieder Lapis machen? Toll. Nicht mal das. Das kommt wieder weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Oh, das Meer. Oh, das ist krassig wie mein Ausricht. Wie schnell das geht. Lapis. So. Da alles rein. Blub, blub, blub. Kann ich das jetzt verdoppeln? Ach, machen wir gar nicht. Das sollte so reichen. Das sollte so reichen. Also, haben wir rein. Ja. Auf geht's. Na. Ah, dann müssen wir uns irgendwie so ein Auto ähm, Modifier machen. Geben. So, ich reichecken. Ein Modifier drauf. Fertig. Das ist so nervig hier. Das ist perfekt. Den drauf. Und zack. Den drauf. Und zack. Oh, ist das nervig. Da machen wir gleich der Speed draw. Also, Ace. Mit Redstone. Und dann habe ich genau den gleichen Hammer und so wieder, wie ich ihn vorher hatte. Oh, das ist interessant. Oh, ja. Das ist interessant. Ja, ja. So. Oh, ich fülle ab. Ist da verloren. Krass. Oh, ein Modifier ist noch frei. Komm. So. Na. Na. Da müssen wir Wetzlar ranholen. Mach mal dann auch Wetzlar und Blöcke raus. Hier geht das Ganze auch wieder schneller. Das kann ich auch, wie viel ich davon brauche. Guck mal mal an. Oh, Mann. Sollte eigentlich reichen. Oder? I don't know. Ah, ja. Da braucht man nicht so viel von. Das ist gut. Das ist gut. Halt, das ist sehr zu viel. Hier. Das ist irgendwie und die jetzt da rein. Einglaubt haben wir noch. So. 1, 2, 3. Und hätte ich es ab. Das ist auch der. Aufhärtig. Ne. 1, 2, 3, 4, 5. Hm. MC. Hammer. Wer ist der denn so? Nein. Das hätte ich vorher machen müssen. Schade. Egal. Ähm. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Wir haben unsere beiden Werkzeuge wieder. Ich habe meine Powerpist wieder ordentlich nach der einen leichten Katastrophe die Tage. zu gestern. Also eigentlich. Ja. Also in der letzten Folge. Top. Ich würde sagen, das war doch mega erfolgreich. Ehrlich gesagt. Das habe ich gerade in der Pause zwischen den, ähm, den Dings gemacht. Jetzt könnte ich da irgendwie noch was drehen. Ich kann das rausholen. Ah, es ist ein Draftigen Kompass. Naja. Sollte so ein bisschen mein Arbeitsplatz sein. Also Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ähm. Diese Folge würde ich als, äh, erfolgreich abhaken. Also haut rein bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen nach oben. Und ciao. 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 ts